Der Aufbau von Band- und Bodenkonstruktionen ist in einem Passivhaus nicht grundlegend anders als in einem herkömmlichen Energiesparhaus. Nur die Dämmstärke ist entsprechend höher. Denn das Passivhaus definiert sich über seinen Heizwärmebedarf von maximal 15 kWh pro Quadratmeter Wohnnutzfläche und Jahr, berechnet mit dem Passivhaus-Projektierungspaket. Die Wahl der Wandstärken sowie der Fenster und Türen hat den Zweck, diesen Energiebedarf zu unterschreiten. Die einfach sichtbare Folge, die Wände sind dicker als bei herkömmlichen Bauten. Daneben ist die Dichtheit der Außenhülle entscheidend. Außen wird eine Winddichtung auf die Wand aufgebracht. Diese ist dampfdiffusionsoffen, damit eventuell entstehende Feuchtigkeit nach außen entweichen kann. Darauf baut die Hinterlüftung der Außenfassade auf. Hier ist zu sehen, wie eine Vollschalung als Unterkonstruktion für Holzschindeln angebracht wird. Denkbar ist aber jede beliebige Art von Außenfassaden. Allen Auslässen, die die Gebäudehülle durchstoßen, ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Denn alles muss sorgfältig mit den jeweils geeigneten Materialien abgedichtet werden. Auf der Innenseite beginnt der Wandaufbau mit der Dampfbremse, die in diesem Fall gleichzeitig die für ein Passivhaus wichtige luftdichte Ebene bildet. Auch die Dampfbremse muss dicht ausgeführt werden mittels geeigneter Klebebänder. Das gilt insbesondere auch für die Befestigungsklammern, die entweder unter die Überlappung der Folie kommen oder abgeklebt werden. Der Anschluss zur betonierten Bodenplatte erfolgt mittels einer für das Foliensystem geeigneten Dichtmasse. Alle Banddurchbrüche müssen im Vorfeld erstellt werden. Sie können jetzt sorgfältig abgedichtet werden. Auf der Dampfbremse wird die Installationsebene aufgebaut. Diese Vorgangsweise ermöglicht es, alle Installationen innerhalb der thermischen Hülle des Hauses zu führen. Durchbrüche durch die Folie werden minimiert. Nämlich genau auf die Punkte, an denen tatsächlich etwas nach außen geführt wird. Die Wärmedämmung wird nun exakt eingebracht. Die Installationsebene ist aufgrund der Gebäudedämmung entsprechend dick. Hier 10 cm. Die Dämmstücke werden mit Übergröße geschnitten, um Spalten zu vermeiden. Anschließend wird die Unterkonstruktion der Innenbeplankung angebracht. Hier für Gipskartonplatten. Auch die Innenseite der Wand ist bei der Passivhauskonstruktion offen für alle Varianten der modernen Innenraumgestaltung. Der hier gezeigte Aufbau der Wand gilt sinngemäß logischerweise auch für die oberste Geschossdecke. Auch der Bodenaufbau der untersten Dämmebene erfolgt nach den gleichen Prinzipien wie der Wandaufbau. Je nach Gebäude kann diese Dämmung im Erdgeschoss oder im Keller vorgesehen sein. Ganz unten liegt die Feuchtigkeitssperre. Darauf folgt eine Dämmebene entsprechend der Gebäudeberechnung. Hier wird die Dämmebene dreilagig ausgeführt. Die Lagen werden immer kreuzweise verlegt. Damit wird verhindert, dass das Holz Wärmebrücken bildet. Auch die Verbindung von Boden und Wand muss sorgfältig gedämmt werden. Die hohe Dämmstärke ermöglicht auch hier die Leitungsführung von Sanitär- und Elektroinstallationen in der Bodenkonstruktion. Auch die großen Rohrdurchmesser der Gebäudelüftung finden hier problemlos Platz. Auf mehr als zwei Drittel der Gesamthöhe des Bodenaufbaus wird ein Blindboden eingezogen. Die genaue Position dieses Blindbodens wird in der Gebäudeplanung festgelegt. In allen Fällen liegt er innerhalb des Taupunktes der Wärmedämmung. Die Dampfbremse wird auf diesem Boden aufgebracht, analog zur Wand. Anschließend folgt das letzte Drittel der Dämmung. Darauf wird der eigentliche Bodenbelag aufgebaut, entsprechend dem Kundenwunsch und wie bei jedem herkömmlichen Gebäude. Der Bodenaufbau auf den Zwischendecken im Gebäude erfolgt normal, denn sie tragen nichts zur Funktionsweise des Passivhauses bei. In diesem Beispiel wird auf der Massivholzdecke eine Splittbetonlage als Masse aufgebracht. Darüber wird eine Trittschalldämmung schwimmend verlegt. Dann Heraklit und schließlich der Bodenbelag. Auch die Elektroinstallation in den Innenräumen erfolgt normal. Aber Achtung! Alle Schläuche, die die thermische Hülle verlassen, müssen abgedichtet werden. Das gilt für den Außenbereich und gegebenenfalls für den Keller. Damit das Passivhaus ein Passivhaus werden kann. Achtung! Achtung! Vielen Dank.